Andres, ich komme, Bro. Andres, ich bin gleich da. Ich bin gleich da, Bro. Ich hab's gleich. Oh nein, er ist gleich weg. Andres. Hey, Andres, hier, ich bin da. Sorry, Alter. Sorry, Alter. Hey, Bro, danke des Wartes, Mann. Wir sehen uns, Bro. Bro, das war krass. Das ist wirklich... Dann hat er das geschafft. Ja, Mann. Alter, wer hat denn jetzt schon wieder... Ja, das ist der Dealer. Oh, Mann. Ja, Scheiß drauf, Alter. Das ist jetzt kacke, aber das, was wir jetzt bekommen haben, ist wichtiger als die Fotos. Nein. Sonst wäre es ärgerlich, aber was wir gerade bekommen haben, Alter, das macht das alles gut. Das ist zurück bei unserem Ding. So. Bei unserem Lager. Ja, Mann, das verstehe ich. Aber das Gute ist, Bro, die meisten Kunden sind sogar noch da. Ich bin gerade am Verkauf, ja. Ich hab noch vier Kunden. Ja, Bro, was gibt's? Da hab ich genug. Okay. Neff, das braucht man ja wieder. Ja, gut. Das können wir heute nicht mehr kaufen, das geht erst morgen wieder. Ich bin auf dem Weg. 13 Windeln sind vom Ballen vier Stück. Mann, sieben Minuten, dann haben wir es wieder. Sieben Minuten nach Hause halten, laut App. Das muss man noch schaffen, Bro. Das Boot ist weg. Ja, das ist ja weg. Nein. Das ist schlecht. Ich muss unbedingt hoch. Ja, weil da meine ganz Kunden sind, die sind jetzt gleich alle weg, ne? Ja, jetzt kann man. Also, sag bitte Bescheid das nächste Mal, wenn du das Boot nimmst. Ich hab's ja extra da gehabt, aber ich denke jetzt nicht, dass ich die Kunden schaffe, ne? Ja, oh Gott. Das sind vier Stück. Oder drei. Drei oder vier. Oh, fuck. Fuck. Ich glaub, das wird nix. Nee, oder? Das wird definitiv nix. Man fasst da du nicht, ja? Ist das falsche Boot, oder? Ich kann jetzt mal anders glauben, ja. Ja, bitte das nächste Mal Bescheid sagen, Bro. Das ist definitiv ein falsches Boot. Ja, jetzt kommt's. Ich hab ja extra dein Zeug mitgenommen, deswegen bin ich ja wieder zurück. Ich war ja schon am Boot. Dann hast du gesagt, du brauchst was. Dann bin ich wieder zurückgelaufen. Let's see what's. Go, 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 go. Wo bist du, du? Ah, es wird so knapp. Zwischendrüber? Ja. Also hier ist Boot stehen. Ja, ich glaub, alle schaffe ich nicht. Nee, du musst es parken. Hast du es nicht einfach stehen lassen. Nee, stell es wieder dahin, wo wir gerade waren. Das ist X-K, oder? Ja, X-K, Bro. Kande, Bro. Boah, wenn's gut läuft, schaffe ich den einen auch noch. Dann hab ich keinen verloren mehr. Es wird echt knapp. Ja, okay, ich schaff's nicht, weil da stehen die Bullen. Oh, Mann. Nein. Sechs Minuten noch, Bro. Oh. Jetzt kommen die Bullen schon wieder. Müsst du mich verarschen. Ja, da sind so viele, Mann. Ich glaub, je abhängiger die Leute werden das zu mehr Punkten von Mach. Alter. Oh, ja, Mann. Geht gut. Sehr gut, Bro. Das war wichtig. Das war sehr, sehr wichtig. So, jetzt komm mal her. Ich muss deine Stiefel jetzt mal nehmen. Ich brauch Platz. So, ich führe auf Wege die andere Seite. Gerade unten am Hafen. Wo bist du? Was ist denn? Beim Boot. Ja, warte, ich muss noch befüllen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Jetzt hat er es befüllt. Nee, nur die Hälfte. Der macht genau nur vier Liter mit dem Kleinen. Also beim... Ich hab mal deine letzte vier Liter liegen da drin. Ach so, nee. Es war ja fast leer, wie ich gesagt hab, Tank. Dann hast du einfach den mittleren genommen. Ja, der mittlere, der fällt wirklich so viel auf. Ja, aber der kleine, vier. Ich glaub, drei Stück gibt's. Drei Größen. Guck, da sind die Leute am Lagerfeuer, glaub ich, da muss man hin. Eigentlich müsste doch hier in der Nacht viel mehr los sein, oder? Ja, zum Deal, Mann. Ja, Mann. Okay. Machen wir das mit die Schuhe oben. Hier. Ich will ja nicht zum Haus gehen. Ich will das dir jetzt auch folgen. Das kann ich reinziehen. Das ist super. Oh, dann schau her. Ich hab hier noch was. Oh, ja. Oh, oh. Dann, schau her. So, und ich bringe jetzt Ampfe und Weed zum Ruben und sowas. Da müssen wir jetzt mal alles voll liefern, weil sonst machen wir mit denen keine Cash mehr. Das wäre jetzt mal unsere Priorität. Ich hab extra fette Päckchen. Aber vorher bringen wir noch das Zeug zurück. Und du kannst schon mal zu deiner Hütte gehen, weil dein Weed ist voll, dass du das schon mal trocknen lassen kannst. Das werden wir das andere machen, dass es in der Zeit trocknet. Ein Kilo braucht der Ruben schon in Astrala und der andere 840 G Ampfe. Was, wie viel? Der andere 1 Kilo Weed und der andere fast 1 Kilo Ampfe. Oh, ne. Ja. Und ich brauch fucking Dünger, Alter. Ich hab keinen Dünger mehr, Mann. Können wir das bitte schon alles supplyen? Tja. Wir können doch nicht jedes Mal die Scheiße kaufen. Ja, wird wild. Das ist mal, ey. So, jetzt brauchen wir Dünger ohne Ende, Bro. Cool, wenn man das irgendwie automatisch alles gleich aufteilen kann, aber gut. So automatisiert sind wir Menschen leider noch nicht. Scheiße, das war das, Mann. Junge, ich hab gerade wirklich nur 2 Tapes gekauft. Was ist das? 2. Wieso verkaufen die volle Packungen mit fucking 2 Tapes drin? Das sind Wichser, Alter. Statt 30 Stück. Das sind richtige Wichser. Du, keiner Mann. Abgezogen hast du mich. Haben wir jetzt immer noch kein Möbel-Chef gefunden, wenn ich mir Türrahmen kaufen kann oder so. Nö. Also ich bisher nicht. Ich hab aber beim zweiten auch nicht wirklich schauen können, Alter, weil es so viel losgerührt war vorhin da. Jetzt halt, Mann. Also meine Produktion läuft gut, ich mach richtig fett an für Plus. Okay, perfekt. Alter, wir haben 192.000 Euro, äh, wie heißt es hier, Pesos, für Müllentsorgung gebraucht, Mann. So eine Scheiße. Ich schmeiß jetzt mal das ganze Wasser weg. Wir haben so viel Wasser, Alter, was so viel Platz wegnimmt. Kaufe die anderen Flaschen, Mann. Weiß nicht, irgendwer hat 100.000 Wasser gekauft, ey. So. Oh, fuck, ist das jetzt nicht der Ernst, oder? Was denn, Bro? Nix, hab ich gedacht. Es gibt den Unterschied zwischen Blunt und Joint. Nein, das ist tatsächlich das Gleiche. So, Wasser weg. Noch irgendein Scheiße Wasser. Okay. Hier haben Flaschen, die werden jetzt verkauft. Aber noch ein Kilo Wasser. Und der richtige Scheiße Wasser können wir uns jederzeit wiederholen, ey. Okay. Perfekt. Diese Palmenblätter oder so, sofort immer wegschmeißen. Oder Wasser oder irgendwas, weil das kaufen wir einfach neu, Mann. Nix. So viel Platz weg. So, ich bin mal mit dem Boot unten beim Bunkern. Ja. Ah, vorher lief er euch noch die Ampfe. Julio. Ne, wie heißt er? Roberto, ne. Jacob. Hey, Jacob, Bro. Es geht. Ich leg da einen Pepp oben hin, ne? Dass du dich auskennst. Alter. Wisst ihr nicht, wer ich bin? Alter. Wenn die nochmal kommen, bring ich sie um, Alter. Scheiß drauf. Ach mal, dass ich mir das nicht gefallen, Alter. Das ist unsere fucking Insel und die Wichser wollen uns so sagen, was hier abgeht, ey. Was soll denn das? Jetzt laufen die auch noch Streife, ey. Ich fass es nicht. Und schon wieder. Verpisst euch, ihr Hunde. Also, ich habe Jacob 250k Ampfe hingelegt. Fehlen nur noch 600k. Aber das sollte man eigentlich bald haben, wenn deine Ampfe und meine Ampfe-Produktion so weise geht, Bro. Schau, dass du immer deine Behälter neu aufwesst, gell? Dass es immer weiter geht, auch mit dem Ampfe-Teilen so. Ich brauche jetzt wieder E-F-F-Fentanol, würde ich schon sagen. Ich brauche jetzt wieder Ethanol und hier Phenilalamin oder wie es heißt. Ich glaube, ich komme heute wieder nicht zum Schlafen, Bro. Fünf Tage durchmachen, ey. So, und... 200g und 100g. So, ich habe jetzt 300g dem Ruben hin. Gehen nur noch 700g. Hey, Ruben. Strada, was geht? Also, 700g und 600g brauchen wir jeweils noch. Und dann sind wir mal wieder auf einem Stand. Dann können wir denen wieder ein tägliches Supply nachgehen. Ich habe die Damen vergessen. Ich könnte kotzen. Ey, ich könnte kotzen, Mann. Oh nein, Alter. Ich dachte, die sind da drin. Dabei waren die im Stash. Ey, fuck off, Junge. Ey, fuck off, Junge. Das ist doch scheiße. Ey, mach mal deinen Fernseher im Hintergrund, Liza, Bro. Ja, wie geht's? Dein Fernseher im Hintergrund. Nein, du hast das... Phenilalamin aufgekauft. Ich habe gar nichts aufgekauft. Ja, doch, das ist out of stock. Ja, scheiße. Also, auf jeden Fall weg. Ja, ich habe das Glück auf. Also, du warst nicht im Bunker? Nö. Okay, ja, dann hat er. In einer Stunde kriegt er die Lieferung, ey. Fuck off. Ich habe ihn nochmal schnell vor. Meine Güte, ey. Fuck off der anderen Scheiß. Was ist denn das? Das Scheißboot geht wieder immer aus. Oh Gott. Jetzt geht's wieder. Ja. Hast du Samen übrig? Doch, ich bin ja wieder. Ich brauche normale Samen, dass wir im Bunker auch was anbauen können. Ja, ja. Ja. Vielleicht ein Pahn. Was? Schrank drin. Ah, da haben wir die Samen. Steht einfach ein brennendes Burg, glaube ich. Und die Scheißflaschen verkaufen. hey bro ich brauche ja düngermann fackmann der ist ausverkauft zu den gekauft supermarkt es gibt es ja nicht warum sind die alle ausverkauft ich habe gar nichts mehr ich kann kein weid mehr anpflanzen hast du ein 100 pakel am film oder mir mitgeben kannst dass ich das reinlegen kann 50 g und ruben ich habe jetzt schon insgesamt glaube ich drei oder vier hundert aber er kriegst du kannst du hast du nur 50 oder hast du nicht genug wieder auch noch dazu du hast da im schrank für die familien kann ich das haben weil ich kann sonst kein amt für mehr herstellen und kleiner tipp zu da in den hideout stage die stecklinge und so rein weil sonst kannst du nicht immer darauf zugreifen kleiner tipp der perfekt dann habe ich das jetzt gleich mal nicht weg wir müssen den echt mal unsere alter die stehen immer noch da ob du musst die ablenken alter jetzt will wollen sie schon 1,1 kilo wir müssen wir müssen da jetzt echt dran müssen uns da jetzt echt dran halten 1,5 kilo braucht er jetzt schon und da an der 1,3 kilo amt das ist geisteskrank wir müssen diese produktion so hoch fahren und mal keine kunden machen nix annehmen nur produzieren und von ort zu ort angehen alter wir haben schulden von 130.000 ja und weil auch 30.000 am tag für diesen scheiß wichser im labor abgezogen worden der nix macht oh fuck drei vier tage durch ich bin durch scheiße ich packe jetzt den scheiß da rein den düngerscheiß amt für plötzlich rein das wird wirklich sein jetzt klar und nicht komme 5 Ampfe, ja, nehmen wir, machen wir, let's go, das fällt eh eigentlich immer, okay, 3 Stück, Alter, dieses scheiß Brot, Mann, 5, ja, habe ich, was geht da drüben, jo, bro, was ist los, ja, 3 Jahre, komm, den, auch ab jetzt, ja, den 5, nee, 4, fang ich 4, ach, du willst nur 3, scheiß drauf, jetzt gibst du 4, gerne, okay, irgendwo hier, oben oder, oh, hier bist du, jo, alles gut, sex, ja, nehmen wir, ja, bye, bye, ja, I gotta go too, ciao, ciao, irgendwas Neues an der Tafel, okay, hey, yo, was geht, was willst du, bro, Ampfe, ja, hier kriegst du 3 sogar, komm, jo, was willst du, wait, yes, ja, 3, komm, sag ich so nötig, ja, doch, ciao, fick dich, ups, ah, ja, ich komme, oh mein Gott, ey, yo, 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 ich hab dich gesehen, ups, ah, was los, ja, hier, vier, du wirst gar nicht jetzt kommen, oder, du hast gewartet, yo, bro, was willst du denn, Ampfe, 3, ja, hier, kriegst du, so, 2, ach so, Ampfe, ja, ich weiß, das war Meth, sorry, nee, 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 okay, lass mal hier, keiner, es wundert mich, ja, kann ich wollen hier, okay, sehr gut, ja, was geht, bro, Achtung, die Bäume, ja, gerne, wieder nix Neues, okay, so, ja, man, was ist, 1G Weed, alter, ja, hier in der Ruhe, alte Scheiße, wieso stehe ich eigentlich noch für 1G auf, Yo, op, x2, was dir schmecken, bro, x7, ja, was dir schmecken, Die Koppers, ups, aua, Jo, nee, du bist es nicht, Das war der Bullen, ey, bro, Ah, 5G, haben wir, warum? Okay. Scheiße, die fucking Koppers. Okay, lift es rein. Jo, opi, hier kriegst du eins mehr aus und so weiter, jo, bro, hast du hier, ah ja, okay, du wolltest die Anfe, wirkst sieben. Ja, gerne, ciao, bro. Jetzt sind Bullen. Jo. Nein, du kennst mich doch vom letzten Mal, alter. Ja, ciao, bro. Adios. Ja, was geht, was willsse. Okay. 2G Weed. Alright, later. Geister. Musik Musik